Liebe Freunde der Laderkleiderfabrik und des Bonatelli Factory Store, wir setzen in der Produktion schon immer nachhaltig produzierte Materialien ein. Die Schuhrwolle wird erstens von Schafen genommen, die weiterleben und zweitens der Artgerecht gehalten werden. Dadurch sind die Stoffe um einiges teurer als in Billigproduktionen. Hinter mir ein Beispiel, Green Wedding. Auch wenn man heiratet, sollte man Nachhaltigkeit groß schreiben. Ausschließlich in der EU produziert mit kurzen Transportwegen und fairer Produktion mit biologisch produzierten Materialien und ohne gesundheitsschädigende Farben. Als kleiner Zusatzbonus kann man das Hangtec in die Erde pflanzen, es gießen und es entstehen verschiedene Sommerblumen daraus. Getreu dem Motto, pflanze der Braut ihrem Brautstrauß. Es gilt besonders, Kleider machen Leute. Mit Verantwortung. Und wir von der Lara Kleiderfabrik wissen, wovon wir sprechen.